Der Sezessionist und Haudlerianer Koloman-Moser betritt mit diesem ungewöhnlichen Gemälde den Boden des Expressionismus. Wir sehen hier ein Liebespaar, aber die Frage ist natürlich, ob wir ein Bild der Ähnlichkeit hier sehen oder sogar eher das Trennende. Die weibliche Figur scheint zu liegen, die männliche Figur scheint zu stehen, der Blickkontakt und auch die Berührung der Gesichter sind nicht vorhanden. Also es ist ein sehr dramatisches Bild, das auch durch diese anatomischen Unregelmäßigkeiten gewisse Brüche aufweist. Eine sehr radikale Arbeit des späten Koloman-Moser. Vielen Dank. Vielen Dank.